ja ein herzliches willkommen ja ich habe ein thema wo ich mich heute darüber aufregen muss dhl es geht um dhl ihr habt richtig gehört also ich erzähle euch mal die story also es ging eigentlich darum sieht man das ding also hier hinten steht ein e-scooter so dieser e-scooter da ist da ist ein controller verbaut so den wollte ich austauschen nicht wegen geschwindigkeit weil der alte kaputt gegangen ist und den hatte ich bestellt so dieser ist aber nicht angekommen oder es hat sehr lange gedauert und dann wo es eigentlich zugestellt werden sollte an dieses besagten tag steht dann irgendwann auf der sendung verfolgung drauf leider heute nicht zustellbar da habe ich mir so an meinem arbeitsplatz habe ich mir so gedacht da kriege ich doch schon wieder so eine richtige krawatte also ganz ehrlich da habe ich mir gedacht dieser dumme zusteller der ist wahrscheinlich so dumm und hat keinen bock dieses paket zuzustellen weil an dem besagten tag sollten zwei pakete kommen das andere ist mit dhl gekommen aber diese leute die aus stauffenberg das liefern sollten die kamen nicht die die dhl aus kassel die hat mein paket das andere paket was da zugestellt werden soll das haben sie geliefert aber die aus stauffenberg in niedersachsen die haben das die haben keinen bock gehabt der meinung bin ich die haben einfach keinen bock gehabt nach kassel zu fahren und zuzustellen so sieht es nämlich aus und ich weiß dass es so ist da brauche mir keiner was zu erzählen von dhl ja und bla und dann hat ja amazon doch gesagt ja es tut uns sei da ist was schief gelaufen und da habe ich gesagt leute dann nimmt eure scheiße zurück dann habe ich gleich mittlerweile geht das ja habe ich gesagt dass ich dir die annahme verweigere und dann durfte die scheiße zurück und mal gucken ob es diesmal klappt bei mir ist es so ich bin eiskalt dann wird dann wird storniert bestellt storniert bestellt bis es klappt und dabei bleibe ich bis es klappt weil ich ich sehe es nicht ein wenn die der meinung sind ihre faulheit weiße was was ich hatten die die arbeit nicht so zu machen wie normal auch und wenn es nicht klappt dann wird so lange gemacht bis die arbeit so gemacht wird wie ich der meinung bin dass es wenn es da drauf steht auf der sendung dass es dann und dann zu kommen hat dann hat es auch an diesem besagten tag zu kommen und nicht aber weil die anderen leute aus stauffenberg der meinung sind ja heute habe ich kein bock da fahre ich nicht nach kassel da da stelle ich mein mein dhl auto irgendwo hin fahr zur tankstelle und trinken ganzen kaffee das geht nicht oder sich hier aussuchen ach ja ich stelle nur dazu die hälfte der pakete und den rest den mache ich morgen ne ne ich weiß wie das ist dann darf der kollege der darf es dann fahren weil dieser besagte pfeifenkopf nicht gemacht hat und das hasse ich an diesen an diesen dhl boten nichts gegen dhl das ist wahrscheinlich derjenige der das versäbelt hat der müsste normalerweise rangezogen werden aber ich hätte auch reklamieren können aber da habe ich keinen bock drauf ich wollte einfach stornieren dass diese idioten die aus stauffenberg dann dürfen sie es nochmal machen bis es einfach klappt und fertig der meinung bin ich wenn es nicht klappt dann wird so lange gemacht bis es funktioniert so einfach weil ich ne das kann es nicht sein man bezahlt für so ein scheiß paket da noch hier porto und dann seh ich nicht ein dass das dann das paket zu spät kommt das geht gar nicht wie sieht es denn aus äh kunde ist könig und das äh wenn wenn steht dann und dann kommt es dann hat es nicht zu heißen äh ja heute ist das paket nicht zustellbar aus was für gründen auch immer nur weil der fahrer keinen bock hat oder was und wer und wenn der das nicht aus weil er krankheitsbedingt nicht kann dann hat ein kollege das zu machen und nicht ach ja das machen wir morgen nix gar nix das ist meine meinung und wie gesagt dhl ist explizit dhl stauffenberg die meine ich weil diese ich habe ja mal da oben gearbeitet bei dhl und normalerweise müsst wahrscheinlich wieder zu pfeifen könnte wie gesagt vergessen kannst äh normalerweise haben die das gefährlichst zuzustellen und nicht sagen auch ja heute ähm keine ahnung heute gucke ich mir mal ja hier oben äh die sonne an wie schön die leuchtet und das war's das geht nicht äh da man kann sich die arbeit nicht aussuchen wenn man sich äh für diese arbeit äh interessiert diese auszuführen dann hat man die auch gefälligst so zu machen wie es an diesem tag äh vorgeschrieben ist und das ist egal wie viele pakete man hat dann hat man diese pakete so zu stellen und nicht ähm dann heißt es äh und wegen ja ich kann heute nicht oder weiß was ich man hat sich den beruf ausgesucht also hat man den beruf auch so zu machen wie es vorgeschrieben ist das muss jeder der äh noch raus arbeiten gehen muss und das äh sehe ich einfach nicht ein also zu leute das wollte ich euch sagen begeistert bin ich darüber nicht äh was äh letzte woche freitag äh ablief mit dhl das eine kommt das andere kommt nicht ne das kann es nicht sein gut leute gaming tv ist raus und ciao bis zum nächsten mal hoffentlich dann ein äh spiel wieder was ich dann spiele bis dann ciao bis zum nächsten mal hoffentlich dann